Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und im heutigen Video widmen wir uns selbstverständlich wieder XRP bzw. Ripple. Und wer hier gerne weiterhin über diverse Kryptowährungen auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann gerne ein Abo hier lassen. Ja, Ripple aktuell leichter Anstieg, 3,8% Marktkapitalisierung sehen wir hier und was ich immer sehr, sehr extrem finde ist, wie eben die letzten 24 Stunden, die das Volumen gestiegen ist und hier weiterhin bei 30%. Und wir haben es gestern oder vorgestern schon gesehen, dass wir hier um knapp 50% gestiegen sind, wir können uns einmal hier ganz kurz den 7-Tages-Chart angucken und sind hier weiterhin leicht im Plus. Was gibt es für News über Ripple? Und zwar, Wale haben im Prinzip den Dip gekauft und mehr als 200 Millionen XRP gekauft. Ja, woran liegt das? Ihr müsst euch vorstellen, das kennen wir alle, beide Dip, heißt es ja umgangssprachlich und hier ist es ja wirklich so, dass wenn natürlich diese große Menge an XRP gekauft wird und dann eben entsprechend im Dip, also nehmen wir mal den Beispiel hier unten und der steigt dann halt wirklich um ein paar Cent, dann ist das im Verhältnis natürlich eine ordentliche Gewinnsumme. Natürlich auch immer noch in Bezug auf die Klage, wie es da weitergeht, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen und hier unten seht ihr, es könnt ihr es lesen, in den letzten Wochen ist der Wert von XRP um über 5% gesunken, hört sich ja erstmal nicht so gut an. Dennoch ist der Wert des Token in den letzten 90 Tagen um mehr als 32% gestiegen und das ist das Schöne, sage ich mal, wer vor ein paar Wochen eingestiegen ist, hat hier auf jeden Fall einiges auf dem Kasten im Depot. Ja, Ripple gegen Börsenaufsicht SEC, gute News für XRP aus dem Prozess, da bin ich ja auch schon drauf eingegangen, aber es gibt eben jetzt immer, immer, immer mehr Spekulationen bzw. auch schon wieder komische Sache. Denn die erste komische Sache ist, die SEC hat ja die diversen Dokumente an Ripple übergeben, was ja erstmal sehr positiv ist. Jetzt plötzlich heißt es von der SEC, die einen Antrag gestellt haben beim Gericht, dass doch zwei Dokumente nicht veröffentlicht werden sollen. Also da frage ich mich jetzt schon wieder, was ist da los? Entweder alles oder gar nichts. Und nicht, ja, ihr habt hier 100 Dokumente, aber davon 10 dürfen nicht rausgegeben werden und so weiter. Was ist das denn für ein Blödsinn? Also die SEC in meinen Augen, sie macht sich nur noch lächerlich und ich hoffe auch wirklich, dass die Vorsitzende beim Gericht hier auch entsprechend handelt und diesen Antrag abwehrt. Denn es geht ja hier wirklich um sehr, 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 sehr wichtige Sache und nicht, keine Ahnung, ob, was weiß ich, ein Seitenspiegel jetzt, sage ich mal, abgefahren worden ist. Sondern hier geht es auch wirklich um viel, viel Geld und wie ich gerade schon gesagt habe, man kann hier nicht einfach sagen, jo, hier habt ihr 100 Dokumente, aber davon dürft ihr auch nur 98 sehen. Also da bin ich wirklich gespannt und sollte die Richterin das auch gewähren, als dann will ich nicht wissen, was hier für Negatives weiter auftaucht. Ja, der Anwalt von Ripple sagt, im Prinzip ist die Klage vorbei. Das hat er vor fünf Tagen gesagt und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass diese Klage in den nächsten Wochen, Monaten vom Tisch sein wird. Spätestens gehe ich davon aus, wenn jetzt vor Gericht nichts eindeutig bei rauskommt, dass sich beide Parteien außergerichtlich einigen werden. Die SEC hat keine Lust mehr, sie haben keine Lust, dass hier sie ihr Gesicht verlieren und Ripple will natürlich auch endlich hier mal einen Schlussstrich ziehen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, noch ein paar Wochen, erstes Quartal 2023. In diesem Umfang denke ich, dass hier die Klage dann vom Tisch sein wird. Ja, Ripple-Chefentwickler verlässt Unternehmen nach fast zehn Jahren. Das ist natürlich sehr schade, denn dieser Chefentwickler von Ripple, Nick Bugalis, hat nach zehn Jahren eben entsprechend gekündigt. Und was natürlich auffällt, ist, dass sehr, sehr viele Führungskräfte im Kryptobereich aktuell Unternehmen verlassen. Er schreibt aber nicht, warum und weshalb. Er sagt eben nur, dass es fantastisch war, bei Ripple zu arbeiten. Glaube ich auch, ihr habt es ja wahrscheinlich letztens auch gelesen, 95 Prozent der Leute, die bei Ripple arbeiten, sind sehr zufrieden mit dem Arbeitgeber. Aber dementsprechend, ja, alles Gute für ihn, heißt aber ja nicht, dass es irgendwas Negatives sein soll. Und dann, ja, der neue Creator Fund von Ripple, beziehungsweise der Creator Fund von Ripple, hat eben eine Höhe von 250 Millionen US-Dollar und soll eben Entwickler dabei helfen, ihre NFT-Projekte auf dem XRP-Ledger auf den Markt zu bringen. Finde ich sehr, sehr toll. Und zwar ist das ja nicht das erste Mal, sondern es ist schon die zweite oder der zweite Fang. Und das wird, wie auch hier beschrieben ist, in meinen Augen ebenfalls einen massiven Schub für den NFT-Sektor geben. Also das Gesamtvolumen muss man sich mal vorstellen, OpenSea, das ist der führende NFT-Marktplatz, im September ein Gesamtvolumen von 350 Millionen US-Dollar, das auf Ethereum abgewickelt wurde. Dies ist aber auch noch die beliebteste Blockchain der NFTs. Und der XRP-Ledger ist ein öffentlicher Blockchain, das wisst ihr wahrscheinlich alles. Und was interessant ist, ist hier unten, trotz der anhaltenden Base, das in der NFT-Aktivität auf nur ein Viertel des Werts im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres gesunken ist, Wüppel weist immer noch alle 250 Millionen Dollar zu, laut Allertent ist der derzeitige Rückgang des Kryptowährungsmarktes jedoch kein Grund zur Sorge. Und das ist wirklich in meinen Augen ein sehr tolles Projekt für die NFTs. Wer sich damit ein bisschen genauer auskennt, der weiß, dass NFTs in vielen Bereichen die Zukunft sein werden. Also da bin ich 100 Millionen Prozentfach überzeugt. Und ich denke mal von euch auch alle. Und dass hier Ripple wirklich ganz, ganz vorne mitspielt. Sie suchen Entwickler, sie suchen Angestellte. Ja, 250 Millionen ist ja jetzt auch kein, kein, kein Fanning-Betrag. Und ja, wer hier Ahnung hat, wer hier Programmierer ist, kann sich natürlich bei Ripple gerne bewerben. Ja, das war das kurze Update zu XRP. Also ich bin gespannt, wie es, und so wahrscheinlich ihr alle auch, wie es mit der Gerichtsverhandlung weitergeht. Ich weiß, jeden Tag darüber zu sprechen, ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber es ist halt so, wie jetzt zum Beispiel bekannt gegeben worden, dass die Z2-Dokumente sollen nicht veröffentlicht werden. Ist halt so die Frage, ja, warum, weshalb. Und ich finde, das sind auf jeden Fall News wert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.